Unterdach. Hallo, Feidey-Aushilfe. So, jetzt Onko. Liegt dir direkt zu Füßen. Ja, ja, ja. Wahr gemacht. Auf gone. Boah, da kommen wieder nur Panzer dazu. Ja, ich weiß es. Ich hab ihn gerade gesehen. Er mich aber zum Glück noch nicht. Glücklicherweise ist der im Gesicht genauso verwundbar wie wir. Vorsicht, ein Taser. Also der Tresor ist offen, ihr könnt zusammenpacken. Achso. Und ich brauche auf dem Dach Hilfe. Ich komme aufs Dach, wie auch immer. Aber die Leiter ist da nicht. Da ist ein Hubschrauber. Ja, deswegen brauche ich auf dem Dach Hilfe. Scheiße, zieh den ab. Taser, 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 Taser. Ach du Scheiße. Ich sehe ihn nicht aus meiner Position. Was ist da denn runtergekommen? Alter. Hallo. Ja, ich bin auch getasert. Ich glaube, der Taser ist down. Nein, ist er nicht. Ich bin schon wieder getasert. Hier oben liegen wir beide. Ich bin down. Alle getasert, ey. Diese Taser, die sind so schlimm, ne? Fail Nummer 1. Ich bann mal eben im Dach den Typen. Boah, hier. Kills, 39. Yeah. Ich bin dafür, dass wir einen Fail-Counter einbauen. Boah, 22 Kopfbissen. Ich habe 15 getötet und 8 Hatschips. Hallo KillerCreeper1, willkommen auf meinem Stream. Schön, dass du mir dabei zugucken möchtest, wie ich rumfaele. 32 Kills. 17 Kopfschüsse. Nice. Kann man das nicht eigentlich nebeneinander machen bei Twitch, dass man gleichzeitig sieht, wer zuguckt und also wer im Chat ist und wer nicht. Nicht auf der Webseite. Ich seh wer mir folgt, ich seh wer mir subscribt gibt, ich seh wer im Chat ist und ich seh wieviel Zuschauer euch haben. Was genau ist das? Ja ist ne Java Applikation. Schatti heißt geschrieben. C-H-A-T-T-Y. Die ist aber schon für ein PC ne? Ja. So jetzt gehen wir weiter machen. Chatti. C-H-A-T-T-Y? Genau. Chatti. Chatti Twitch Chat Client. Get Chatti. Ja. Ähm. Download and getting started. Für 64 Bit Java bitte. Sie wollte schon sagen, ich will jetzt nicht meine E-Mail Adresse hier angeben, aber muss ich auch nicht. So. Chatti. Äh. Wie öffnet man Jar Exe? Äh. Also diese .jar Dateien. Einfach Doppelklicken. Java. Ähm. Ich hatte ne Zeit lang bei mir mal, dass diese .jars sich automatisch entpackt haben. Ne eigentlich. Ja gut, da hast du was vielleicht reingestellt. Aber wenn du Java installiert hast und Doppelklick standardmäßig ist öffnen. So. Der erste Zuschauer ist wieder weg. So lange brauchen wir. Meine sind auch fast alle wieder weg. Außer Jappi. Das ist kein Wunder, wenn wir so lange hier in den Zwischenräumen warten. Ja, aber wir brauchen mehr Action. So ist es wieder weg. Äh. Hopp, hopp. Bitte. Ja. Sofort. Mach später. Ne, das Chatty öffnet sich. Doch da ist es, Tatsache. Continue. Äh. Ich hab Errors. Sehr schön. Und los. Danke, macht Stress. Ja, ich mh. Okay, ich musste mich jetzt da einloggen. Mhm. Und ich krieg dauernd Errors. Äh, wo ist Payday? Da ist Payday. Äh. Machen wir mal bei in Ruhe. Ah. Payday. So. Äh. Bereit. So, ähm. Bitte noch keine Masken aufsetzen. Zeig der, der sich als erstes aufhat, oder? Ich hab sie noch nicht auf. Ne, vorhin. Jaja, eben. War ja mein Fehler. Ich würd sagen, wir gehen erstmal ganz gechillt rein. Wie ein normaler Kunde. Was ist denn das? Ein Bordell? Das ist eine Bank. Achso. Wieso? Der Wachmann wird schon aufmerksam. Äh. Ja, ich weiß. Okay, ich bin entdeckt worden. Sagte der, der meinte, wir sollen keine Masken aufsetzen? Ich hab irgend so'n Müllmann gefunden. Ich hab irgend so'n Müllmann gefunden. Mhm. Ja, mach das. Ich geh aufs Dach. Ich geh aufs Dach. Feuerschutz. Möchte vielleicht jemand den Bohrer holen? Ja, dem gebe ich ja gerade Feuerschutz. Wer auch immer den holen möchte. Ich hab' erstmal ein paar Geisel, ne? Das trifft Zeit, dann brauchen wir den Bohrer nicht zu bringen. Scheiß auf den Bohrer, ey. Cool schon mit dem Finger am Tresor rum. Wer hat denn die Geisel hier mitten in die Tür gelegt? Ja, ich nicht. Ich hab' keine Geisel genommen diesmal. Ich hab' ne Schlüsselkarte gefunden. Ist das gut? Übereinigst mit den geilten... Ja, die Schlüsselkarte ist gut. Du kannst mal versuchen mit der Schlüsselkarte den Sape zu öffnen. Das geht nicht, wenn der Alarm schon ausgelöst wurde. Echt? Aber ich weiß, dass welches Schlüsselkarte hat. Okay, da oben steht's ein Sniper, da komm' ich nicht ran. Hier wo Munition wird übereinander. Politiker in dem Gebäude. Sniper ist tot. Gut. Spidersniper ist tot. Keine mehr da. Flaschen, dann geh' ich wieder hoch. Hab' mich grade verarztet. Ach du Scheiße. Ja, geil. Wo bist du? Auf dem Dach. Ich bin direkt von so nem Cloaker angetreten worden. Kaum, dass ich die Leiter verlassen habe. Und nach hinten gelaufen bin. Joker ist tot. Ja, steh' ich nämlich nicht mehr. Danke. Okay. Haben wir hinsichtlich nen Bohrer? Ne, haben wir nicht. Nope. Ich halte ja die ganze Zeit die Straße im Blick, damit irgendjemand gehen kann. Ja, ich geh' jetzt. Okay, tschüss Ankur. War schön mit dir. Ich hab' keinen Bock mehr. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich geh' da sind schon wieder vier Scharfschützen auf dem Dach. Feuerschutz. Feuerschutz? Feuerschutz? Ja, ich muss grade selber überleben, weil hier Scharfschützen auf dem Dach positioniert sind hinter mir. Ne, keine. Okay, jetzt auch nicht mehr. Zwei hab' ich erledigt, den letzten hast du erledigt. Ne, ich hab' keinen erledigt. Echt? Das war ich diesmal nicht. Wer hat den denn dann erledigt, der da oben ist? Ich nehm' ihn nicht. Die haben mich selber erledigt. Im Zweifel ist er noch da oben. Ich komm' zurück. Äh, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wo gammelt der? Der ist ja wirklich noch da oben. Cool. Schreifer ist history. Danke. Ich hab' geschossen. Was ist denn in der Tasche? Der Bohrer. Ah. Nicht ganz unwichtig, oder? Wenn wir in den Tresor kommen wollen, nicht. Nein, dann ist der nicht unwichtig. Wenn wir da nicht rein wollen, ist der natürlich unwichtig. Ich glaub' sie sind in der Tasche. Ich hab' sie auch gesehen. Wir haben gesmoked. Und die haben mich nicht mitziehen lassen. Ich hab' ihn schon wieder diese komische Tappe gemacht. Ach du Scheiße. Ich hab' ihn schon wieder die Tasche gesehen. Was ist denn das denn? Ich hab' ihn schon wieder das Taschen gesehen. Was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Heißt du das denn? Das ist auch und ich bin geschützt, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber wie lange brauchen wir hier noch? 47 Sekunden, wie ruhig jetzt hier?